willkommen mein name ist da die olp und ich bin mit dem mario master will es nicht zurück zu raft ja immer noch auf der auf der todesinsel des todes wir müssen irgendwie was aber es ist hell wir versuchen mal mal jetzt zu dieser relais station zu kommen ja mal zu dafür noch mal ich glaube das ist das ist wichtig das muss ja die sechs sein aber ich glaube erst glaube ich nicht näher dass wir das vierte schild sagt ja vier wo bist du bist du ich bin runtergerutscht hast du bist ich bin auch ich bin noch hier oben ich war ja bei so einem schild und er zeigt dahin weil wir da gesehen haben aber als vier wo bist du ich sehe ich will ich nicht mehr oh gott ich bin da wo wir gerade waren und einfach unterhören du bist einfach geradeaus runtergegangen ich bin da so ein bisschen runtergerutscht okay na ja ja da ich sehe nicht wir sind vorsichtig darunter und genauso sieht voll so und hier ist ja diese brücke da kommen wir nicht durch die ja aber wir müssen wir ja machen ja was warte mal das ist die 4 aber will ich dass das hier ist die 4 vielleicht bekommen wir dahin mit dem bogen kannst du wahrscheinlich nicht aktivieren den hebel suchen oh mein gott oh mein gott gibt es jetzt nicht war aber letztlich echt nicht versucht wir haben wir haben versucht da mit dem stein dran zu werfen ja ich habe getroffen vortritt der vortritt wenn du mich mich dann das relay aktivieren lässt macht das ich kann hier drunter durch ich lass mich noch lass mich hier hoch und alles einsammeln möchte auch war was vom kuchen haben ich kann kann ich kann einfach nicht verfassen dass das wirklich das rät des lösungs war dass ich da einfach mit dem pfeil dran schieße und einfach auf anhieb der den hebel getroffen habe station vor lass mich mal reingehen hier ist was bauplan für treibstoffrohr ich nehme es mit weil ich jetzt noch ein hinweis immer ist wir haben eine karte hier für eine karte haben wir jetzt hier wir bringen uns da am besten hin jetzt müssen wir noch herausfinden wie wir das teil wieder aktiviere ich habe den hammer gefunden nice bruder sommer aktiviert denken aber wenn man wahrscheinlich nach oben hier ist ein schalter hier ist ein schalter macht er an zwei von drei relay station aktie aktiv ich gehe es trotzdem noch mal hoch ja ja natürlich noch etwas sein wenn ich ein schmutziges bett warum man sich dann nicht mal zwei schmutzige bretter bretter sei schon betten zwei schmutzige betten liegen hier nichts ist hier eigentlich wenn man wir sollten erst zurück zur rangers stationen wir mal alle dinge geklappert haben ja so ob wir haben jetzt weiß was denn da unten mal jung wenn er untergefragt aber kein falscher angenommen ich bin auch unten wo bist du da bist du wenn bei der brücke ok damit wir wissen dass wir jetzt so darum müssen lauter karte müssen wir also darum das hätte ich mir aber auch ehrlich gesagt gedacht dass das wir darum müssen da muss man allein allein die tatsache dass ich wirklich das rätsel lösung beim letzten mal noch am enden noch noch gelöst habe dann ist der bergge da hinten wieder respond wir sollten aufpassen ok ich bin ich bin bei full health also bei voll alles ja ich auch nicht so essen muss nicht voll aber das ist richtig ich meine wir haben wir haben noch gemüsesuppen ich habe noch vier stück dabei so einfach nur rechts darum alles klar und dann gehen wir zurück zur ranger station dann sind wir hoffentlich ja fertig ne ja ich hoffe es geist freigeschaltet keine ahnung neuen ort zum erkunden ich weiß nicht warte wo bist du bist du vorgang von dem weg ach so du bist du bist so 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 das heißt wir müssen jetzt nach rechts rum rechts rum ja ich verstehe damit wir dann da oben rauf kommen irgendwie dann von oben aus dann die relais station erreichen können der bär ist der ist total wieder der ist da wer da oben schießt dann ab oder so du schießt ab in den arsch geschossen da habe ich zum ersten mal getroffen war ein schwer kaputt nächster ist tot ich habe mir mit da muss man jetzt lang hier ich habe noch einen bärenkopf bekommen wo bist du ja recht hoch sehr richtig noch nicht nicht wo ist mein land lang aber ich habe ein bisschen ap verloren aber treibt sich wieder richtig ich weiß nicht wieder auch nicht so richtig aus karte das sieht aber irgendwie auch das sieht man vielleicht richtig aus ja ich schaue mal nach wie viele pfeile ich noch habe ich habe noch zehn pfeile übrig das ist ein bisschen so außerhalb aus wenn ich sehe mal ja weil ich sind doch nicht ja und es wäre die bucht irgendwie habe ich gesagt wir sind ja falsch was ich jetzt runter vielleicht müssen wir hier runter das morning bär hier benutzen fünf wildbären ok hinter dir ja ich sehe hilfe aber der macht viel schaden der macht wirklich viel schaden hilfe ein werk renn weg jetzt der high ground aber er verfolgt das nicht mehr hast du irgendwie so ein super bär oder irgendwie so hat hier getriggert oder ich weiß nicht genau was ich getan habe aber wenn ich wenn ich getan habe dann tut es mir leid also ich werde irgendwo benutzt ja da war war und da war so ein behälter da konntest du fünf wildbären nutzen kannst du ihn von dir aus irgendwo sehen dann kannst du ihn abschließen er ist am futtern an dem ding der foto hat an dem ding ja ich bin leicht tot ich kann weg ich war weg ich war weg wir warten bis bis wir uns geheilt haben wo sind wir jetzt hier auf der karte du noch los glaube das ding ist solange denn so lange der am fressen ist ich glaube glaube der würde uns sonst nicht vorbeilassen ja ich bin mir sicher dass der fahrt wo gerade dieser super bär her ist uns zur relais station führt das müssen wir leider warten du kannst in der abschließung da ein bisschen weg rennen wir versuchen ich war aber weg hier oben scheitert uns nicht zu verfolgen anscheinend irgendwie nicht strategie aber ich muss weg ich muss weg ich habe keine politik mehr keine politik ich habe keine politik mehr wird jetzt nicht mehr tun ich bin fast tot also ich auch ich bin auch fast tot wir müssen diesen bären beiseite schaffen ja den kriegen aber nicht bei irgendwie schaffen wir das schon irgendwie schaffen wir das schon das soll wieder erwarten wir uns hoch aber zum anderen jetzt sollten wir erstmal aufpassen weil es wird dunkel ja und wenn es dieser super bär jetzt gleich angreift weil während es dunkel ist und nein ich hoffe der heilt sich nicht wenn er da am futtern ist das will ich auch hoffen ansonsten müssen wir gleich versuchen an dem einfach vorbei zu laufen ja geht eigentlich anders irgendwie will will ich diesen super bär töten ja aber kann weil ich wir haben keine dings ich habe kein holz später nach mehr kann mir keinen mehr herstellen danach sogar noch eine karte wie gesagt wir können gleich noch versuchen den zu attackieren vielleicht geht er ja vielleicht haben wir ihn ja schon so so viel schaden zugefügt ich bin ich dass er schon fast tot ist und außerdem sind doch einer einer von ihm meine sie uns an wir haben werden köpfe auf gehen ich näher ran nein mache ich nicht besuchen aus der katja schlau zu werden weil du ja jetzt diese klippe was war da auf die seite genau vor uns nämlich an da ist wir müssen gar nicht gegen den kämpfen ist einfach nur da geradeaus nehme ich an die karte wenn man einfach noch ganz rechts der karte entlang geht man hat jetzt die ganze karte die ganze insel ist aber moment mal einfach nur die rechte seite der karte der karte folgen da müssen wir eigentlich irgendwann einkommen oder normal ja ich habe irgendwie trotzdem das gefühl dass man diesen bären vorbei müssen ja ja das leben ist nicht einfach ja darum wir nun in den himmel und sagen dass das leben nicht einfach ist und jetzt und jetzt hat meine haare hat mein nacken geknackt und jetzt hat mich ein bär angegriffen ich muss zum arzt und gleich müssen wir laufen ich muss laufen das heißt ja bruno die ganzen texte an und der betrieb kann die nächste schicht soll schon wochen beginnen aber der ersatz noch nie auf okay ich bin fast voll ja ich auch ich habe mir fehlt auch so ein achtel dann müssen wir hier gegenüber und da müssen wir so rum nämlich ja das war vor dem bär weg rennen irgendwann vielleicht der jahr hat interesse zum glück ja weil so sind wären ja vielleicht muss man einfach noch machen um abzulenken ja deswegen ja der ist ja ist er da am fressen denn der registriert uns ja erstmal nicht aber noch zwei das verbraucht da müssen wir also rechts lang laufen da vorne ja noch ein bisschen heller wird ja und ich denke denke mal wenn es gleich hell wird dann habe ich auch wieder maximale leben ja bei mir auch jetzt noch ein sechzehntel ich bin doch voll okay meine marken und meine leben sind auch wieder maximal gefüllt aber es ist ja noch nicht so nicht ja dann müssen wir halt irgendwie wegrennen die ganze zeit jetzt ja aber ich sehe dass der mond sich bewegt ja ja das bedeutet dass die sonne gleich aufgeht ja der bär sieht nicht mal schön von weiten aus doch die sonne geht gerade auf na bitte lass uns das hier überleben ja ich möchte wirklich nicht noch mal hier lang gehen auch wenn wir jetzt schon mittlerweile zwei relais station aktiviert haben wenn ich da müssen wir irgendwann hier durch raschen versuchen weil das geht ja weil uns gehen die materialien außen muss verteidigen ja heute spiel sind nach weil ich fünf sechs angriffen sind die schon weg habe ich noch für die waren ja weil ich habe jetzt auch nicht mehr das heißt also ich kann nicht mehr auf aber hey wir haben jetzt ein treibstoffrohr als bauplan da frage ich mich mal was sonst das bringen ja es ist aber hat es habe ich mitgenommen weil bei der relais station vorhin ja ich habe ein quest item also nein nein das war ein bauplan gewesen treibstoffrohr ist vielleicht können wir dadurch unsere motoren irgendwie befeuern noch mehr was auch immer es sei sein wird wir werden das herausfinden als groß kürzester bild bitte mal sonne werden ich sage ich sage das echt ungerne aber jetzt will ich dass es tag wird noch der thema oder am puttern sich gerade dann gehen wir mal ganz leid oder rechts ich tut sogar mal mich drucken jetzt dazu relais station keine ahnung karte sagt wir sollen außen dann gehe ja okay wie gesagt der bär hat uns jetzt nicht gesehen ja der weil er war der erstes ein doofer bär ist ich bin mir jetzt gerade ziemlich sicher dass dieser bär uns getötet hat ja der macht ein bisschen mehr ja das ist der oberbär der bär ich war einfach nur so hoch wie möglich ja ja auch wo bist du okay wir dürfen uns nie aus den augen verlieren nein da ist eine station aber es hat die richtige ich hoffe mal hier vorne die es dürfte sie sein wenn ich mal irgendwo ein schild wir müssen da so lange da müsst ihr die glaube ich sein vorsichtig ja wenn man auch hier möglich mit war schön den high ground haben so lange wir nämlich den haben uns der super bär nichts tun hätte er uns dann die ganze zeit hier verfolgt oder was wahrscheinlich ich sehe noch futtern dahin ist er am futtern ich hätte mir schon gedacht der der wäre hier wahrscheinlich hier patrouille gelaufen das ist das schild was steht drauf 4 und 6 ja das auch wieder ein schild warte moment mal ich kann sagen sind wir hier nicht schon mal gewesen ja nein dass wir das ding das ist ein bär hinten umweg umweg wo bist du nach rechts ich habe also komplizierte gemacht ja 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 stimmt da war auch da war auch die säge drin ja vielleicht station vier und sechste war bei der hier was man lang da war ich guck mal auf die karte jetzt müssen wir eigentlich nur dem weg hier folgen und dann an links ok jetzt wird einer bär irgendwo gewesen hier sind die bienen ja ich gehe ich die ganze zeit auf die karte so ist man irgendwann an links ja das ist dann hier nehme ich an ja da müssen wir irgendwann ja hier sind auf felsen ja es wäre eine kreuzung wo jetzt lang müssen ja nach rechts rechts aber hier steht station sechs wir müssen jetzt eigentlich irgendwo hier ist wieder der bär ja weiß ich jetzt müssen wir eigentlich hier so hin und dann müssten wir da so rum laufen ok ich gehe mal noch mal hier ein gucken versuchen na gut sehen wir nach höhle oder so ich weiß nicht wenn wir hier irgendwo hochkrettern hier ist tatsächlich eine öle das war hier vielleicht ja ich glaube da zieht er richtig aus was brauchen wir müssen wir dann brauchen wir wie hast du gerade gefunden hast das ist eine säge gewesen hat sie säge nicht nutzen nein ich kann die säge nicht einsetzen hat sieht mehr aus wie ein schwert ja vielleicht mal zur rangers stations zurück ja aber wir haben da wir haben doch noch lange nicht alles sicher vielleicht kommen wir eine sache schon herstellen also bonus hammer bonus sägeblatt braucht man ja noch ich glaube wir brauchen noch was ok wenn du sagst dann gehen wir mal zur ranger station zurück aber ok ich glaube wir haben jetzt unseren weg gefunden ja klar diese höhle für für uns direkt dahin jetzt ist die frage wie kommen wir zur ranger station sondern noch mal zu den anderen uns da noch mal umschauen ob man dort übersehen haben bei der anderen beim anderen turm am vierten glaube ich nicht ich gehe noch mal ein da war ja sicher aber vielleicht ein abstecher zu unserem pilot wieder machen das sollten wir tun man sie aber nicht voll schwer oder irgendwie so etwas herzustellen ich glaube das was wir machen sollten wir sollten uns neue pfeile machen ja ja man damit für uns auch den boss bären entgegen stellen können aber leider geht meinen bogen auch in einer gewissen zeit kaputt was wir aber auch noch nicht gemacht haben ist wir waren auch noch nicht dahinten wir müssen wir dann habe ich sofort zurück zum ding dann wird werden wird werden vielleicht liegt ja irgendwie ein schwert oder so hier ja genau warum sollte ihr mitten im weg hier einfach so ein spät rumlegen aber ich habe hier noch ein paar honig warm nämlich mit wir sind noch mehr wo bist du gerade noch nur so unser bloß da wenn ihr runter geht dann kann sie aber gucken ob irgendwie das ding da herstellen ich sehe es ach moment mal was ist das da hinten wird auch noch mal ein turm hier hoch oh ja stimmt da und da und da ist wirklich unser fluss ja ich gehe mal zum fluss zurück ja macht das und ich kann ja mal versuchen zur rangers station hinzugehen geben mache es nicht da hat das bären so ein zum fluss 1800 volt fertig bis kommen zurück zum fluss ja ich gucke nur haben wir irgendwo ein schwert irgendwo so eine katze so eine katze da steht mir jetzt okay ich habe das fluss erreicht gut die du ja ja ich versuche es erstmal bauplan treibstoffrohr also so ist es dann hübsche vorher wieso im satten helfen hier ist nichts also ich bin hier nichts kann mir hochklettern irgendwo ich finde das auch gar nicht das ist das ist schon hervor warte moment da treibstoffrohr treibstoffrohr hier nützlich um bio halbstoff zwischen verschiedenen maschinen zu transfer zu transportieren wo kann er dann reingefüllt werden wahrscheinlich brauchen dafür viermal schrott da ist alles da ist alles ja da kann sein so rohre verbinden oder irgendwie sowas richtig okay da ist unser fluss ich komme ich komme ist so hier ist mein gemüsesuppe essen so wenn ich bin ich froh wieder zu hause zu sein ja da wäre es klar ich habe immer genau da und jetzt reicht es jetzt mal ich mir erst mal neue pfeile muss man für mich auch metall waren oder irgendwie sowas nein nicht für stein pfeile wir brauchen wir planken wir brauchen stein und wir brauchen kunststoff ja ich bin auf bis zurück geiler scheiß ums wieder auf ich mache es erstmal hier ein paar pfeile und wenn sie die dinger die rohre die rohre wo du findest die findest du und andere unter den sammelnetzen andere andere also dort wohl wo der forschungstisch betten und die lagerräume sind ok klingt irgendwie so wie redstone aus minecraft irgendwie sachen und die miteinander verbinden und so damit habe ich mich nie beschäftigt so ich mache uns hier erstmal mal sieges fleisch ja so mein bogen wird aber gleich wird aber schon bald kaputt gehen jetzt nehme ich mir auch erstmal wieder meine feldflasche mit ich muss mich mal eben um die tiere kümmern denkt doch mal jemand an die tiere die tiere unser kunststoff schon wieder hin er nutzt lieber den kunststoff damit du dir auch noch pfeile machen kannst ich kann ich kann gar nicht in worten fassen wie froh ich bin so ist das zu glauben vielleicht verbraten ich habe das fleisch gebraten ja auch noch nicht ach so du hast ja stimmt alles auch noch welches übrigens deine bäume sind fertig da muss ich jetzt mal wieder meine axt rausholen die ich eingelagert hatte ja die planken da wieder rein so ich habe es auch wieder 36 feiler also damit kommen wir auf jeden fall erstmal erstmal weiter damit können wir vielleicht sogar auch den superbären besiegen ich weiß nicht ob ich den besiegen will erstmal wir machen es natürlich aus der ferne mit pfeilen ich denke denke mal wenn wir den lang genug mit pfeilen bearbeiten dann fällt er irgendwann um ich meine er ist denn er ja 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 schon einmal getötet ja und jetzt und jetzt heißt es nur jetzt payback time dass man mit der ding ist erledigen ich sehe auch gerade dass ein teil meiner rüstung kaputt gegangen ist ja ja ich könnte mir ich könnte mal so so ein treibstoff roma machen so ich habe zwar jetzt zehn rohre hier wirklich mein gott und so ganz im pflanzen sind ja weg keine blumen aber mehr albert gutter von den viechern hier sie ist ja an und wirst du hier an der rechten seite keine ahnung dass sie mit verbinden oder was kannst du daran packen konnte jetzt nichts tun kann sich wieder entfernen auf jeden fall mit ex ja ja warte wo ist mein nächstes sind das bei nächstes der moment wäre wenn man erstmal guck wo die x taste ist ich tue ich habe mal zehn rohre gemacht vielleicht kannst du ja irgendwie was draus machen das überlasse ich dir weil du bist da wesentlich besser drin als ich erstmal wie ich die insel erledigen ingeberg ingeberg und ich nehme an wir bauen die säge dafür dann keine ahnung das heißt wir müssen irgendwie herstellen also haben wir doch schon die säge ist ist ja ist ja ein quest gegenstand die müssen wir zurückbringen zur ranger station bonus sägeblatt ok da kann ja das sägeblatt ist ein sägeblatt moment könnten wir fehlen könnten wir uns vielleicht eine säge herstellen ja ja für die wand nämlich eines hat ja dann müssen wir mal kurz zur ranger station zurückgehen gucken ob man arbeit ja das aber erst mal schlafen gehen ich muss jetzt meine sachen wir gießen ja genau gießen gehst du erst mal dann kann ich mir wieder holz sperren herstellen noch mal ein paar seile herstellen wir da wir dann können wir wieder holz sperren herstellen noch mal ein paar seile herstellen wir da wir noch eine ladung gesagt noch dat so so denn ich höre malon mit titel musik Ja, weil ich gerade das Radio ausgeschaltet habe. Okay. Okay. Gut, dann können wir schlafen gehen, dann gehen wir nochmal da rein. Nehme ich an, ne? Ich pack meine Axt weg. Dann haben wir hier überall, wir haben gegartes Fleisch, das nehmen wir gleich noch mit. Du kannst mir einige deiner schlafen liegen. Du kannst mir einige deiner Pfeile angeben, wenn es geht. Wenn wir beide schießen können. Ja. Moment, ähm, wenn ich, wenn ich die Pfeile eben aufteilen. Ich bin schon wieder hier. So, warte, ich lege es mal. Ich glaube immer, dass es in deinem... Ne. Ich geh einfach in den Wohin. Ich hab sie in deinen Schrank getan. Ja. Wir sind 17 Pfeile, ich hoffe immer, dass es erst mal reicht. Ja, klar. Der Bär ist erst mal... Ja, erst mal ist hier vorankommen, finde ich wichtiger. Wenn wir mit allen fertig sind, dann können wir ja versuchen, uns mit dem zu kloppen. Nehmen wir uns erst mal unser Fleisch mit. Ja. Ich nehme Melonen mit. Jetzt nehme ich das Fleisch mit. Achso, du hast das Fleisch, du hast dein Fleisch schon mitgenommen. Ja, ich hab schon gegessen. Achso. Äh, dann nehme ich auch noch, nehme ich auch noch Melonen mit. Ja, ach, jetzt kommt wieder eine Bär hier am Anfang. Nimmst du mal wieder erledigen. Ja, warte. Äh. Warte. Ich muss eben meine... Ich hab keinen Platz. Nein, ich hab keinen Platz mehr dafür. Ja, warte da schon wieder. Ich war unter Wasser, gerade eben. Diese Möwen-Naisen. Er schießt nicht deine Pfeile, okay? Nö. Warte, ich sammle eben die ganze Ernte ein. Ich werde jetzt auch erst mal keine neue machen. Damit die Vögel auch aufhören, hier unser Zeug wegzufressen. Wessen? Ist das ein Deal? Das ist ein Deal, ne? Hm. So. So. Haben wir noch einen Metallbarren übrig? Weiß ich nicht. Ich glaub, ja. Ja, wir haben noch vier Stück. Ich glaub, ich werd mir zur Sicherheit noch einen zweiten Bogen machen. Na, nehm' den aber nicht mit. Obst du dann erst gar nicht kaputt? Meiner ist so gut wie kaputt. Den zweiten Bogen mit. Na los, na los. Ja, 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 jetzt... Hältst du mich nicht. Ich hab da ein Bär ist auch ein bisschen größer. Hm. Deswegen ist es ja auch der Super Bär. Hm. Das ist der, dass der dicke Herr Bär. Ja, komm, jetzt. Hier ist ein Bär. Ich möchte ihn kaputt hauen. So, ich hab' einen zweiten Bogen. Hm. Nehme' ich noch eben einen Schluck Wasser. Und dafür nehme ich dann auch mal die kleine Tasse noch mal mit. Also nochmal richtig Retro. Ich hab' auch noch meine Feldflasche dabei, wie ich gerade. Solltest du nicht mitnehmen. So. Und tue ich die kleine Flasche. Boah. Das ist wieder weg. Abfallschaden. Jetzt sag' mir nicht, dass du Fallschaden bekommst. Äh. Nehme' einfach mal Lohn mit. Dann hast du trinkenmäßig ausgedrückt. Ja, Hbh. Ich hab' gerade eben noch schnell aufgefüllt. Dann bin ich jetzt auch auf alles vorbereitet bin. Jetzt kann's losgehen. Willkommen. Warte wieder an Bär sofort auf uns. Oh Gott. Oh Gott, das ist zu weit. Hau. Na. Was denn da? Ich hab' noch nicht erreicht. Ich hab' schon die Hälfte meiner Hälfte. Daniel, wo bist du? Da. Da komm' ich da. Da komm' ich da noch warten. Du bist so weit weg, glaub' ich. Nein, ich hab's da auch geschafft. Oder lauf am besten noch höher. Ja, aufwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwärmwär minuten 18 minuten 20 minuten noch der ja ich bin so weit weg springen nicht nein da muss ich ja mal kurz drehen ja weiter ein stück noch ein stück und halt ja ja komm wenn er jetzt oder hoch läuft da kann sich einfach so runterfallen lassen und hier sehen sie ein dann wie er das der way of heaven hoch läuft oder sowas in der art er macht beim berder platz sind nur die hälfte hp übrig vorsicht kommen da kommt ja okay gebt er sollte ranger station ja aber ich bringe es hat übrigens alle ist alles in ordnung bei dir ja ich habe keinen schaden gesundheitsmäßig auch eigentlich nicht aber muss aber machen ja ich habe gesagt dass dann wer ist ja da da war der der stand da dass du dir nicht gesehen hast henrys darf keep out bist du ja ich bin ja wieder bei dem lager ist ja es hat ja auch karte eingezeichnete lager nähe ich dann müssen wir uns ja mal umschauen ich bin mal irgendwo bei der ranger station muss mal gucken ob man auch machen kann was anderes wüsste ich jetzt auch nicht ja auch nicht ansonsten müssen müssen wir wirklich versuchen den super werden zu erledigen weil ich glaube nämlich dass der irgendwann was hat das wir brauchen der ein schraubschlüssel dafür mal noch einen schraubschlüssel irgendwie so wahrscheinlich aber wir müssen mal gucken wenn wir sehen ich habe ja ohne probleme darüber geschafft ja auch meine wir haben wir haben zusammen mario luigi super star gesagt geschafft so dann lasst mich mal eben das sägewerbblatt einsetzen ich habe schon eingesetzt bruno summer jetzt brauchen wir noch den schraubenschlüssel und ich bin mir sicher dass das wir den schraubenschlüssel schlüssel bei der relay station finden der kühlschrank der kühlschrank ist leer schade das würde ich sagen okay na dann auf zur relay station nummero sechs da kommen wir ja nicht wir wollen ja wir wollen irgendwo zum sägen oder so ja wie gesagt wir wissen das war den super bären platt machen und ich glaube uns ich glaube dafür noch keinen weg dran vorbei zeit zu sterben ja wo bist du die ganze zeit den weg gleich mich gekommen sind ja ich habe vergessen wo der weg ist und ein da bist du ich sehe dich ich bin bewaffnet war davon ist ein bär ja da ist wieder gesporn natürlich die da uns ich glaube nicht kling klingen was schöne glocke irgendwo hier ja auch eine glocke hier irgendwo ist hier irgendwo oh ja benutzen das kann man benutzen das kann man ja ich habe gerade auf den achievement bekommen und so einfach ping der habe ich voll erschreckt kaputt hat man auch wenn einer sagt stich zu stich zu ich habe alle alle feile aber ich nehme immer mit wir sind stark hier sind schwer stein gelegt dankeschön meiner zeit kaputt wenn wir planken mitnehmen sollen vielleicht und ein jetzt ist auch noch dunkel und nein ich geh zurück zum fluss ich muss zurück zum fluss und dann machen wir uns noch auf dem weg zu ich ignoriere ich gehe einfach runter ja auch kacka die jetzt mal wie sporn ich muss irgendwo weiter weg gehen meine flasche holen und dann mal eben was trinken das kopf war ich schon sagen es ist unterm fluss beteilärzt da muss ich mal ein paar mehr planken mitnehmen und holz spieler die ganze zeit auf dem weg herstellen können ein paar seite ja dann mache am besten direkt noch ein paar seile holz spieler hergestellt egal da habe ich ein zwei drei drei holz spieler hergestellt ich habe hier noch ein bisschen rohstoff wie man hier rein ja genau da kann ich auch noch mal eben das leder ablegen apropos leder moment ich könnte mir eine neue rüstung machen okay so der leder wo schon dabei sind ja ja gegen die ruhig ran mal jeder und wolle jeder und wolle da ist daneben nehmen wir auch wahrscheinlich ein bisschen weniger schaden nämlich vielleicht leider allein die tatsache war ja da immer noch immer noch so ein super bär rumläuft und wir haben keine planung nein da müssen wir holz hatten und wir haben wir bäume stimmt ich tue holz hatten du du tust neue sachen machen und ich bin direkt nach ich gehe ich gehe seitlich wie eine krabbe meine axt ist kaputt kannst du übernehmen ja gar nicht dabei ich werde eben die planken nutzen um unsere grills zu befeuern so das war's schon und die planken tue ich natürlich wieder hier rein wo sie hingehören und dann und dann kommt das fleisch eben augen das stimmt ich könnte die palmblätter wieder wieder wegschmeißen da müssen wir uns halt mit dem kloppen nämlich an ich habe ich habe wirklich das gefühl dass wir uns wirklich mit dem kloppen müssen unsere ausrüstung wir machen das schon irgendwie ich hoffe da habe ich noch behalten oder so und ich habe da irgendwie geheilt wird also wenn er da puttern ist also ich will es hoffen ich nehme eben noch mal eine flasche mit um eben zu trinken und keinen keine wassermelonen zu verschwenden die gehen ja ganz ein bisschen nervig muss sie ja immer wieder ging also für die kokos dass man aber gar keine melonen mehr ja ich glaube wir sollten so ein bisschen aufpassen wenn man eben die tiere hör die tiere versorgen so damit ihr auch was habt ihr habt ihr kleinen scheißer damit die tiere auch was haben das ist ja auch eine neue ausrüstung gemacht meine ich war noch fast da ich habe mir jetzt ein helm noch hergestellt okay warte momenten hell ja wo bist du schützt mein kostbares gehirr aber den bärenkopf ja aber verteidigung dann gehen wir eben schlafen und dann können wir ein paar bänden ja das ist eine gute idee dann müssen wir werden und da ist der einzige was uns hier noch fehlt habe ich sorgt gefühlt weil ich versucht haben also wir haben irgendeinen von den türen was verpasst ja wir brauchen ja noch den schraubenschlüssel na gut dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder jetzt beginnt die musik